Wir fahren nach Mallorca, ja wir fahren nach Mallorca und der ganze Bus muss mit B. Wir fahren nach Mallorca, ja wir fahren nach Mallorca und der ganze Bus muss mit B. Wenn einer eine Reise macht, dann kann er viel erleben, ganz egal wohin. Doch wenn wir eine Reise machen, wollen wir einen heben. Gut, der BH wird auch Wert auf WC komplett. Wirst du das hier übernehmen? Was haben wir eigentlich für Zeit? Ja, ich weiss es nicht, warte mal. 13 in 46, es ist alles sauber. 13 in 46 bis... Wie lange hast du? Ja, 5 Minuten bei dir. Ja, 46 bis... So ist das in die Nieren. Ja, warte mir noch. Die Reklamationen, 13 bis 1340. Ähm... Welchen haben wir heute? 30? 30? Ja gut, du hast schon gestern kontrolliert. Mach mal. Erste? Bemerkung. Ist gut. Ja mal, das war sauber. So muss das sein. Tschaui. Ich fahre Toilette, das wär wunderbar. Ich sage dir, komm, glaube mir, ich hab es im Urin. Gleich ist hier Schluss, der ganze Bus, der muss bald mal wohin. Wir fahren nach Mallorca, ja, wir fahren nach Mallorca, ja, wir fahren nach Mallorca, ja, wir fahren nach Mallorca, und der ganze Bus muss bippin. Leider haben wir nur ein WC im Bus, doch der ganze Bus, der muss, 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 la 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 la, und der ganze Bus muss bippin. La 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 la